Musik Tausende von Zuschauer verfolgten den 55. Karnevalsumzug von Dangastamur nach Varel. 48 Fußgruppen und Wagen nahmen in diesem Jahr teil und haben sich wieder originelle Kostüme und Dekorationen einfallen lassen. Die Karnevalsgemeinschaft Waterkant hatte gutes Wetter bestellt und so gelang das närrische Jubiläum ausgezeichnet. Vor dem Rathaus übergab Bürgermeister Gerd Christian Wagner den Rathausschlüssel an Prinzessin Ilona und Verkehrsminister Lars Oberbeck animierte alle zum Mitsingen des Fahreler Karnevalides Moin Moin Moin.